Meine Familie, falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fegeler sehen, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Wir können den Gruppenführer Fegeler nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden! Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fegeler sehen, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegeler ein! Fegeler ein! Fegeler ein! Fegeler ein! Papa, wieso hast du denn deine Sonntagsuniform an? Ernst? Isst irgendwas? Nein. Danke. Der Gitter hat auch Hunger. So, Ilse. Jetzt musst du aber auch mal was essen. Danke. Bitte. Danke. Danke.